Ich finde das eine tolle Idee, weil es sieht nett aus, es ist überraschend. Normalerweise würde ich sowas nicht probieren. Jetzt habe ich gedacht, jetzt gehst du mal rein und guck mal. Ja, also finde ich ganz schön, eine ganz tolle Idee. Ich habe es in der Zeitung gelesen und dann habe ich gedacht, komm mal vorbei. Man wird wirklich auf Ernst-Büttler-Institutionen geworfen, die man sonst nicht kennen würde. Ganz lecker, also das Chutney war jetzt gut. Ich bin eigentlich gar nicht so vegan, aber man hört ja immer mehr von diesem neuen modischen Zeug. Und deshalb fand ich es lustig, mal reinzugehen und zu probieren. Wir werden auch dann mal hier essen gehen. Sofort eine andere Atmosphäre hier. Ich hatte meine Bank bisher nicht.